ja so meine Damen und Herren wir kommen hier zurück zu einem Folge von ich noch doch bin ich um und zwar muss ich raus ich habe jetzt zwei Tage nicht mehr gespielt so wie ich das eigene machen möchte sie hat ein ein Tag aufgenommen einen Tag gespielt so um können könnt ihr euch das vorstellen ich gehe aber ich bin ehrlich es passt mir nicht so richtig der Grund liegt daran dass ich eben zu ich komme gleich ich bin gerade mit der Klinge dadurch dass ich hier alles mögliche jetzt was wir machen muss man neue Waffe holen so sind halt neuer automatische die ein bisschen mehr schaden alles macht die sieht da ist aber der hat wenig kapazität ich weiß aber auch nicht wie das hier mit dem vater von kassen werden wir mal alles gefallen von der Klinge die beiden von Burke er trifft die Neuigkeit von Automatik Waffen oder jeden war mir auch gar nicht mit sind für es gmp okay 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 nicht schlecht so äh nochmal zurück zu kommen ich habe das ich bin echt so ich weiß nicht es ist nie unbedingt zwei mit dem vor produzieren äh und dadurch dass ich jetzt eben noch äh äh was geholt habe ähm komm ich auch nicht gerade so unbedingt dazu kommt Scheibenkleiste drauf und ausgerüstet ok nice du weißt wie du mich finden kannst naja nicht so die Munitions aber das passt schon ich hoffe mal dass es passt ähm das ist die Mangel in die falsche Richtung eingepackt also unmöglich äh da muss man gucken wie ich das machen mit den ganzen Aufnahmen beim liebsten möchte ich ja alle drei wieder aufnehmen Minecraft kommt jetzt auch ein bisschen wenig weil darauf die Lust überhaupt nicht da ist bin ich ehrlich also mir ist mehr die Lust da für Plag äh für Mafia und für Landwirtschaft als für Minecraft ich weiß nicht warum von Minecraft natürlich eigentlich äh für mich so ja was ganz anderes ist jetzt in dem Bau aber ja muss man gucken wie gesagt ich wollte also ich wollte sagen muss jetzt los ein bisschen die ganzen Kanal aufbauen bisschen was machen jetzt aber ähm krieg das doch nicht im Moment ich muss mal gucken wie ich das jetzt mache du blut ist irgendwie auf was man macht brauchst ein schließend ins waffen karte wo sind die das schon angezeigt äh dieses und hinten und da oben drin 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 he gibt es ein bisschen geld ist das hier am cover 1 2 in beckham uns mit kumbo kommt es mich jetzt nicht gleich Ich glaube, wir sind nicht allein. Zeit zu sterben. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Zu spät um abzuholen, Junge. heilige mutterscheibenkleister irgendwo rein wir müssen echt vorne durch oder was da kommen wir hier drüber hoch wird jetzt mal gespannts das drückliche nicht aufmachen ein hoher hoch nach oben da was Prozent das kann jetzt kurz ja 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 du älender kunde da ja 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 aufreißen jetzt noch gucken wo sie hochkommen so ok schön wenn du die waffen nimmst also gut ist die waffe das muss man schon mal sagen das ist gut ja noch ein bisschen so dass er jetzt auch unten ach da hinten da war noch einer von hinten das ist nicht ganz sehr gut gewesen schade war vielleicht muss ich auch was essen ich bin gerade aufgestanden nicht kalt ich brauche unbedingt Munition so man muss eigentlich recht gut vielleicht haben wir noch bei pistolen was muss man holen können wir haben noch 12.000 und die macht sehr großen schaden müssen die erlegen werden nicht schlecht wie es aussieht mal die hier mal gucken ob ich zufrieden bin die wird bestimmt viel viel lauter sein mal gucken wo komme ich nicht rein normal hier hoch geht nun mal hier rüber was geht da ja mein gott das war schnell die hinteren fenster dürfen keine umstände offen stehen was die hinteren fenster dürfen oder gar keine umstände offen stehen und wenn sich ein wichtiges auto wenn ein wichtiges es ist nicht scheißegal wie heißt es ist der nächste jute das war naja kommt erzählen damit in einem teil zum drehen und alles gut hier noch mal ein bisschen geld klauen und da ist noch ein bildchen so ich krieg auch nicht mit das war jetzt muss ich gucken hier runter sie irgendwo ein wachposten ja unter mir direkt oder macht irgendwas naja und ich krieg wenig geld zum nehmen ich bitte schon meine haben wieder das er rausgehen und jetzt stil sind ins waffenkarte ach so hier hier ist ein waffenkarte so 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 einem komischen wo fakt ist war das bekommen alt falsch haben was wollen hier üblichern kommt jetzt einer jetzt habe ich das alles zerstört gut ein kleines ein kleines bisschen schaden macht man nicht falsch muss ich raus wieder gucken dass keiner hochgekommen ist und raus bin ich so macht meister das alter warum nicht gleich so das war nicht ganz so geplant also man sind klein lassen mal und fahren jetzt in richtung raus dachte ich jetzt ich bin im kampf ich wollte gerade sagen bleib ja da stehen junge trage mich wenn ich jetzt irgendwo in gebieten bin wo ich eigentlich nicht hin sollte bitte nur hoffen dass die polizei jetzt nicht in die nähe kommt muss so zum zumal reicht schon ach so müllensäugung dass man jetzt weiter machen wir jetzt müllensäugung weiter ich weiß noch nicht wie die zeit ist aber kommen ja mal zu mir entzeugung nochmals nichts mehr kommen wir machen das jetzt noch nach weg packen genau so denkt wie das bremsen jetzt geht es natürlich in die nächste kurve ich bin mal gespannt das kann ich auch eben kurz ansprechen über plack plackigen plackigen dingsbums hier dieses nicht so gute zeug das ist schon kaum recht gut an ich hoffe das bleibt doch so bei mir macht auch im moment noch persönlich viel spaß ja ich weiß ja klar machen an ihm anscheinend steckt die firma in schwierigkeiten und er kann mich nicht mehr bezahlen aber ganz ehrlich ich bin froh dass ich daraus bin nichts wie weg hier jetzt auf der halde ja wieso was haben sie denn vor ein ganz von papieren wir sehen uns bei uns und bringen jetzt warum ich weiß ja irgendwie habe ich jetzt im bock dessen jetzt den nächsten platz machen das stimmt stimmt jetzt ab ob nix motto jetzt so die in den dünnen 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 das nehmen jetzt als eine von der schenze kommen klar für mich ist es jetzt so okay da ich ja nicht so viel ich möchte nicht mehr so viel vom pc sitzen sie möchte jetzt aufnehmen mich dann rausgehen möchten schneiden alles so möchte ich haben so umgewegen zinnbekommen ist werden natürlich da ist wo mache ich eigentlich schon ein paar nur vor produzieren es ist geil wenn ich noch ein paar irgendwie hier von produziert ab in der zeit so ich will mal sagen wir hauen einfach viel davor ab der jetzt sagt ihr wartet bevorstehend mich gleich hin wenn die import ordnungsgemäße zurück als einparken und ich würde mal sagen wenn ich da ganz gut gefallen hat gibt man da noch oben das würde mich sehr sehr freuen wenn ich einen daumen nach unten schreibt man sich in die kommentare ob wir mehr sehen wird oder auch nicht und ich sagen bis zum nächsten mal sagt euer mennes wort viel spaß noch auf meinem kanal zahlzau und abonnieren nicht vergessen oh ja oh ja michrä� ich rülhese und ich rülhese ich rülhese